jo liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play lead for speed heat und wir gehen heute wieder ein bisschen driften wir haben heute mal wieder zwei drifte files die ich für euch rausgesucht habe die wir auch jetzt wieder fahren und ich freue mich drauf und ja dann gucken wir mal wie das aussieht mit dem wie viel kohle wir haben ich kann dann auch immer wieder mit roschnee ein bisschen fahren so dass man weg drücken wagen wechseln weil ich brauche mal wieder meinen mustang der ist ja gut dafür prädestiniert dann gehen wir rein 45.000 soll man da erreichen naja das sollte eigentlich das größte dagegen werden aber nicht zu leicht gehen so Die sind hier aber schon fast auf der Hälfte gerüstet, da ist 48.000. Ja, da reicht, ich sag ja, ich soll den, ich soll den, ich soll den. Ja, ich soll den, ich soll den, ich soll den. Ja, 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 ich soll den. Ja. 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 Das war's für heute. das ist nicht nur die mega stricke aber wir haben uns das ziel erreicht, also sind wir da auch schon mit durch wir haben uns das ziel erreicht, also sind wir da auch schon mit dem So. Und auch hier wollen wir locker 100.000 Punkte und gewinnen dieses Drift Trial. Und zwar nur 14.000, aber haben oder nicht haben. So, ja. Dann haben wir schon wieder, liebe Leute. Das geht ja manchmal relativ zügig hier bei Need for Speed. Und ja, ich habe hier noch schon wieder. Und in der nächsten Folge fahren wir mal wieder. Ja, wir wollten ja mit Roshni fahren, ne? Ist das hier das? Ja, genau. In der nächsten Folge fahren wir dann mal wieder ein bisschen Kampagne mit. So, die heißt dann hochladen. Und da freue ich mich drauf. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Need for Speed. Need.